ja ja es gar nicht die first mit der kreis mit der first that i wanna be better not worse man es hört man das earth mit dem mann das wird und ich pute ihn all die gegräuze ich habe weit moin sie mal kopf und willkommen zu einer weiteren folge von minecraft the empire heute in der mail ist eine farming vorgetragen, also wir dürfen halt jede Menge Farben, deswegen, ja, ähm, versprecht euch nicht so viel, also das wird wahrscheinlich eher ein kurzes Video, weil es kommen Highlights geben wird, ne? Ja, dann bis gleich. So, wie gesagt, leider ist es eine sehr kurze Aufnahme, was ich aber machen wollte, wann habe ich hier Weizen angepflanzt? So, ciao, da wird es immer wieder hier, bitte nach meinem Zuckerrohr gucken, ne, acht Stück, das ist doch gut, ne, dann kann man jetzt hier auch noch ernten, manchen, und dann machen wir hier wieder zu, so. Ah ja, erfahrte Zeug, und dann werden wir auch schon für diese Folge, die soll ich euch hier her lassen, auch wenn die sehr, sehr kurz war. Das andere war halt einfach nur Mining-Tour, was auch, wo das ja auch damit abgestürzt ist, und so, also, eh langweilig, ne? Deswegen, bis zum nächsten Mal, haut rein, schön mit ö, und ciao, und die nächste Folge wird hoffentlich spannender.